Und haben Sie für morgen Böller und Raketen gekauft? Oder sparen Sie sich die Knallerei, wie man das inzwischen ja doch von vielen Leuten hört? Es gibt ja gute Gründe dafür, das zu lassen. Zum Beispiel die rund 4.500 Tonnen Feinstaub, die dadurch laut Umweltbundesamt voraussichtlich in diesem Jahr produziert werden. Zum Glück gibt es Alternativen, die weitaus attraktiver sind, aber vielleicht ein bisschen schwieriger zu bewerkstelligen. Man könnte einen tanzenden Stern gebären. Also vorausgesetzt man wüsste, was mit dieser berühmten Formulierung gemeint ist, die ja von einem der wichtigsten Denker stammt. Von wem und was damit gemeint sein könnte, das klären wir jetzt in der philosophischen Flaschenpost. Urs Andreas Sommer hilft uns dabei. Die philosophische Flaschenpost Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Von wem stammt das Zitat? Das Zitat stammt von Friedrich Nietzsche und zwar aus der Vorrede seines Werkes Also sprach Zarathustra. Es ist da der Titelheld, Zarathustra, der sich an das Volk adressiert und dem Volk diesen schwer verständlichen Satz zuwirft. Es handelt sich also nicht um ein Bekenntnis von Herrn Nietzsche, um einen Kalenderspruch, den er geschrieben hat, auch wenn das häufiger mal als Kalenderspruch in Verwendung gekommen ist. Wie war es gemeint? Wie das Zitat gemeint ist, das ist die große Frage der Nietzsche-Forschung, weil die Formulierung ja hochgradig paradox ist. Sterne gebiert man normalerweise nicht und auch das mit dem Chaos wirft viele Fragen auf. Jüngst haben Nietzsche-Forscher herausgefunden, dass Nietzsche da sowohl auf die Astronomie seiner Zeit eingeht, als auch auf klassische Vorbilder. In Shakespeare's Much Ado About Nothing sagt eine Figur, dass sie unter einem tanzenden Stern geboren worden sei. Das alles hilft uns aber noch nicht so richtig weiter, denn die Pointe dieses Zitates liegt ja offensichtlich im Paradox. Im Paradox nämlich, dass man selber offenbar imstande sein soll, einen tanzenden Stern zu gebären. Zarathustra richtet sich an das Volk und er will ganz offensichtlich das Potenzial herauskitzeln. Er will, dass die Leute in der Lage sind, aus sich selbst heraus schaffen zu werden, aus sich selbst heraus etwas hervorzubringen, etwas völlig ungeplant, was vollkommen jenseits der Vorherfestlegung ist. Also braucht man vorher schon Unordnung, man braucht das Chaos, um etwas zu gebären, was einem Staunen macht, was wie ein Stern am Firmament steht und ganz offensichtlich auch noch tanzen kann. Was sagt es uns heute? Das Zitat erfreut sich allergrößter Beliebtheit. Das ist das vielleicht am meisten verwendete Nietzsche-Zitat in der Populärkultur. Es soll sowohl das Lieblingszitat des Revolutionärs Leo Trotzki gewesen sein, als auch einem englischen Massenmörder in einem berühmten Kinofilm die entsprechende Lebensweisheit mitgegeben haben. Es scheint mit dieser paradoxen Verdrehung immer noch anzusprechen, weil wir ganz offensichtlich uns selber als chaotische Menschen fühlen, als Menschen, die Unordnung in sich haben und die natürlich hoffen, aus dieser Unordnung irgendetwas schaffen zu können. Und genau das ist das grosse Versprechen dieses Zitates, dass wir also in die Lage versetzt werden, etwas aus uns zu machen, was ungeplant ist, was vielleicht ungewollt ist und was sich dann im Nachhinein doch als grossartig herausstellt und was so schön sein könnte wie ein tanzender Stern. Vielleicht lädt dieses Zitat ganz besonders auch zu Gelassenheit ein, nämlich zu Gelassenheit angesichts all der Unordnung, die wir in uns selbst spüren, all der Unausgeglichenheit. Normalerweise versuchen wir das, gerade auch mit Neujahrsvorsätzen, in Ordnung zu bringen. Und dieses Zitat aber rät dazu, sich der gewaltigen Möglichkeiten bewusst zu werden, die das Chaos, die Unordnung in einem selbst auch mit sich bringt, die womöglich zu etwas führen, was wir nicht einmal zu hoffen gewagt haben. Also ein bisschen mehr Chaos zulassen scheint durchaus eine lebenstaugliche Maxime zu sein. Die Innehalten zwischen den Jahren zur Ruhe kommen, schön und gut, aber vielleicht auch erst mal dem Chaos in sich selbst zuhören, bevor man alles ordnet und gute Vorsätze auf Notizzettel schreibt. Das war es für heute und für 2018 mit Sein und Streit, dem Philosophie-Magazin bei Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Christian Möller. Ich hoffe, Sie sind auch 2019 wieder dabei. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.